Es ist die größte Excel-Tabelle der Welt. Sie ist eine der beeindruckendsten Mysterien des 21. Jahrhunderts. Doch wie extrem ist Excel wirklich? Und wie hauchen wir einer so spröden Sache wie Tabellenkalkulation Leben ein? Ganz einfach mit einer schönen Frau. Unsere Reporterin Maja macht den Test in Excel-Extrem. Hier im Statistikerverein Potsdamer Prozentfreunde treffe ich den Experten, der für den wissenschaftlichen Anstrich dieses Beitrages extrem wichtig ist und den Erfinder der größten Excel-Tabelle der Welt. Prof. Dr. Bernhard Birnbaum. Diese Tabelle hat über 5 Millionen Zeilen, 26 Millionen Spalten und 3 Millionen Makros. So eine Aufzählung soll beeindruckende Superlative liefern, um unser Thema extrem und aufregend wirken zu lassen. Ja, für dieses Hobby muss man schon ein bisschen verrückt sein. Wie groß ist denn die Tabelle? Weil das Fernsehen ja immer Bilder braucht und damit Sie sich's besser vorstellen können, haben wir hier einmal 0,0001 Prozent der Tabelle ausgedruckt. Würde man die komplette Tabelle auf DIN-A4-Seiten ausdrucken, dann würde der Papierstapel dreimal so hoch sein wie der Eiffelturm. Und würde man alle Größenvergleiche, die jemals in einer Sendung gemacht wurden, aneinanderhängen, dann würde es eine Strecke von der Erde bis zum Mars ergeben, wenn man den Weg über den Bullshit-Berg und vorbei am Zuschauer nimmt, der sich Zahlen nur durch Vergleiche vorstellen kann. Die Tabelle ist wirklich unglaublich beeindruckend. Ist das möglich, dass ich das mal selber bediene, so stellvertretend für den Zuschauern? Naja, da müssen Sie erst mal einen Kurs machen, ansonsten ist das viel zu gefährlich. Das ideale Stichwort für uns, um ein paar Wissenshäppchen einzustreuen, die der Redakteur schnell zusammengegoogelt hat. Falsch bediente Tabellenkalkulationen haben in der Geschichte schon sehr viel Unheil angerichtet. Denken wir nur an große Excel-Planungskatastrophen, wie die Hamburger Elbphilharmonie oder den Berliner Flughafen. So, und ich bin jetzt bestens vorbereitet, die größte Excel-Tabelle der Welt zu bedienen. Aber das mache ich natürlich nicht im langweiligen Büro, sondern an einem emotionalen, aufregenden Ort. Hier steht die größte Achterbahn der Welt. Oder zumindest die größte in der näheren Umgebung. Es muss halt immer irgendwie extrem sein. Unsere Moderatorin ist überzogen aufgeregt und lässt das den Zuschauer auch wissen. Ich bin so aufgeregt. Das ist das Extremste, was ich seit langer Zeit gemacht habe. In einem wissenschaftlich mehr als fragwürdigen, aber spektakulären Stunt wird Professor Birnbaum nun Maya per Funk die Daten übermitteln, die sie in voller Fahrt eingeben muss. Zur Erinnerung, die Tabelle hat 5 Millionen Spalten und 25 Millionen Zeilen. Noch nie war ein Beitrag so extrem. So groß, so bla 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 bla. 3, 2, 1, go! Okay, als erstes die Reisekosten, Mehraufwendungen 43,95. Haben Sie das, Maya? Jetzt der Faktor für den Vorsteuerpauschbetrag. 21, 20! Abzugswege, Standhaltung, 0 Euro! 0 Euro! 0 Euro! 0 Euro! Nach 5 Runden ist es geschafft. Das langweilige Thema Excel wurde dank optisch ansprechender Moderatorin, lockerem Experten und einer beliebten Freizeitattraktion emotional und unterhaltsam präsentiert. Also Professor Birnbaum, wie habe ich mich denn geschlagen? Also Sie hatten 10.812 raus. Richtig wäre ein 10.813 gewesen. Wow, beinahe! In der Mathematik gibt es keinen beinahe, da gibt es nur richtig oder falsch. Der Weltrekord ist gescheitert und die Potsdamer Prozentfreude sind am Boden zerstört. Nun müssen Sie eine neue Redaktion finden, die sich für Ihr wahnwitziges Hobby interessiert. Der Weltrekord ist gescheitert und die Potsdamer Prozentfreude sind am Boden zerstört.